Hallöchen und herzlich Willkommen! Terra? Ja, ah, du bist da. Genau. Wir spielen jetzt wieder unser Modpack Feed the Beast Oh, Leute, Kamera. Feed the Beast Continuum. Und irgendwie ist die Musik grad ziemlich laut, die muss ich ganz kurz nochmal wieder leiser machen. Die hat sich einfach wieder lauter gemacht. Terra, du kannst ja den Zuschauern mal erklären, was wir heute vorhaben, alles zu machen. Erstmal Minen gehen und dann mit der Technisierung anfangen. Okay, dann machen wir das doch direkt. Ja, dann begebe ich mal auf die Suche nach einer neuen Hülle. Ja, mach das. Ja, das tue ich dann in dem Fall. Den Tank craften. Wir haben jetzt eigentlich diesmal wieder eine Möglichkeit drin, um Tiere mitzunehmen, wie die Casher. Ah, warte, warte. Casher waren ja aus Mind Factory geloaded, aber... ...ja, warte, 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 warte. Aus Enderio gibt's nix, ähm. Aber es gibt diesen Piggy Backpack immer noch. Der ist ganz witzig. Wie viel kostet der? Der kostet zwei Leder und Sticks. Aber du kannst die Tiere quasi nur auf deinem Rücken sozusagen tragen. Was ist, wenn du nicht tpst? Kommen die glaub nicht mit. Aber ich weiß es nicht. Ja, musst halt laufen. Oh, das ist echt billig. Musst halt laufen. Wie willst du von einer Welt in die andere Welt laufen? Ja, wenn du durch die Welt läufst, dann ist es natürlich problematisch. Ja, aber wenn du nicht von der Mining-Welt in die andere Welt läufst... Äh, das geht nicht. Du kannst nicht von einer Welt in die andere Welt laufen. Ja, aber wir können zum Beispiel von Land und Zier Tiere herholen, weißt. Ja, okay. Das wird schon gehen. Ah, hier ist billig. Ja. Ist auf jeden Fall mal, ich sag mal einfacher. Als alles andere. Okay, wie war das Verhältnis? 3 zu 1, oder? Für? Ähm... Für Bronze. Ja. Ich würde aber nicht 15 verkraften gleich. Ich mach... so... und so... dann mach ich gleich zwei von diesen Tanks. Malten-Bronze, achte ihn jetzt vor auch. Genau, 8 und nicht 9. Habe ich ja immer wieder gut gemacht. Ja. 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 Ich würde auch mal wieder ein bisschen aufsteigen. Die Koppel am besten übrigens nicht wegschmeißen, das braucht man auch für die Smeltery, um die zu erweitern. Hier mache ich das Iron Gear mit einem Gear Cast und Eisen, 4 Eisen, ok, das Gear Cast Kann ich irgendwie Ah, mit einem Wooden Gear geht das Und ich dachte schon, es geht nur indem ich das so kompliziert schon crafte Gut, dann einmal den Wooden Gear Das Gold Ohr rein Und noch ein bisschen Eisenerz Ach, ich mache einfach mal alles rein Alles was halten kann zumindest Was? Block of Aluminium wirklich? Dann machen wir es mal ganz kurz so Ah, soviel zu Consum's Cast Aluminium Haben wir nur 2 Aluminium? Oh Sehr live Wie viel ist da drin? Oh Kürbisse Ein Wachen Ungefähr Tja Kann ich aber nichts tun Erstmal Lau Nein Jean Ein Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal gucken, wann du es merkst. Jetzt hasse ich dich dafür. Ja. Ja. Unsere Farben wären auch eine Größe. Wir haben jetzt voll viele Berries. Okay. Okay, was haben wir für Pipes? Wirklich Convoyer Belts. Wirklich Convoyer Belts. Ja klar, wie teuer ist denn das? Ja klar, wie teuer ist denn das? Ich lasse mal nochmal ein Bucket kaufen. Oder habe ich jetzt da genug Platz drin, dass ich den endlich mal reinpacken kann? Okay. 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 Ja. 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 So, mal kurz die Quest abschließen. Achso, entweder nehme ich 8 Queso, Isle, Can oder 16 Coleco. Nehm, äh, dieses Öl, weil Coleco kann man genug, produzieren wir ja auch durch das Ding. Oh, können wir produzieren. Oh. Gut, das funktioniert wenigstens. Obwohl, das mache ich anders. Hm. Oh Mann. Ah, hier. Da dachte ich mir doch schon fast, dass ich dran bin. Hab grad beschlossen, unsere ehemalige Höhle zu missbrauchen. Oh Mann. 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 Das Ding wird noch eine größere Multi-Block Struktur und ich schaff Platz dafür. Okay. Ja. Schon besser. So. Da wollte ich eigentlich Lava rein tun zuerst. Das hat es mit der X-Farbe nix. Okay. 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 Okay.